Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von eurem Lieblings-Noob. Jawohl, C3LP ist wieder am Start mit einer kleinen Runde. Modern Warfare 3 im... Ja, muss ich mir noch überlegen. Höchstwahrscheinlich Abschluss bestätigen, weil ich diesen Modus richtig geil finde. Also, da haben sie sich mal was einfallen lassen. Suchen wir mal nach einem Spiel. 31 Spiele gefunden. Der Ping ist relativ hoch. Schauen wir, wie weit wir kommen. Ja, und da haben wir das jetzt schon wieder ein kleines bisschen zu... Ach, Mission... Boah, Kotz-Map. Was soll's. Wir müssen ja auch mal Maps spielen, die wir nicht so mögen. Das sage ich jetzt einfach mal. Hatta, der Spaß zählt. Ich spiele mit den größten Noob-Waffen, die ich in den ersten Sekunden gesehen habe. Sprich, UMP und FM-09, glaube ich. Oder? Weiß ich gar nicht. Muss man gleich nochmal nachgucken. Ich hoffe, dass ich ein bisschen positiv aus dem ganzen Gameplay rauskomme. Ich habe schon ziemlich lange in Modern Warfare mehr gespielt. Also, am Anfang im Grund, ja... Zurzeit ist das Teamplay für mich ein bisschen basierender. Jawohl, ich habe die UMP und die FM-G9 als Akimbo. Mit der ich auch wahrscheinlich die allermeiste Zeit verbringen werde, weil ich ein Noob bin. Ha! Aber ich habe Spaß dabei. Ich liebe es, Noob zu sein. Oh, warum schießt der? Ja! Nein, und ich bin tot. Das ging ja mal wieder schnell. An der Meinung, etwas zu schnell. Ja, das ist halt manchmal so in diesem Spiel. Oh, Spam-Granaten! Ne, Flashbang. Ich weiß gar nicht, wo die Granatentaste ist. Ich muss wieder an die Steuerung gewöhnen. Leider, muss ich dazu sagen. Kaputt! Dummerweise muss ich dann beschissenes Dog-Tag aufsammeln. Jawohl, ich habe den Abschuss gekriegt. Nein! Und ich kriege wieder auf den Sack und bin tot. Ja, so schnell kann das gehen. Auch bei mir. Aber ich liebe die Akimbos. Seit ich die freigeschaltet habe, ist das tatsächlich so mein... Ja, Favorite-Weapon-Assault-Scheiß-Drekter hast du nicht gesehen. Nein! Hör, du Dreck-Sau! Hat er den Abschuss verwehrt und hat mich getötet, so. Da könnt ihr mal sehen, was das für ein Pro ist und was ich für ein Noob bin. Ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich der Spaß am Spiel! Was anderes zählt hier gar nicht. Meiner Meinung nach. Könnt ihr viele Leute ein bisschen... Oh, Assistant Kill! Ja, toll. Der hat das Dog-Tag eingesammelt. Und ich bin gerade ein kleines bisschen mit der Steuerung überfordert. Wie man gerade sehen kann. Da ist wieder so ein Schimmler, der, ja, der Meinung ist, so ein bisschen in den Haus abgammeln zu müssen. Ich war auch sehr unvorsichtig, wie ich gerade feststellen musste. Was ein bisschen blöd ist. Na, jetzt sollte ich diese verdammte Raucherei lassen. Würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spaß am Spiel haben. Und ich nehme wieder die Akimus! Und rotze hier einfach mal so fröhlich vor mich hin und werde trotzdem wieder abgeschossen. Aber ich habe zumindest die Konterdrohle freigeschaltet. Die ja auch, äh... Werde ich die auslösen? Weiß ich gar nicht. Ach, oh, der gehört zu mir. Den sollte ich nicht abschießen. Ein Freund! Nein! Fast von Aufklärungs-irgendwas gedöhnt. Nein! Wie kann das sein, dass der mich wieder um die Ecke umbringen kann? Wahrscheinlich, weil ich wieder so einen beschissenen Ping habe. Und ich weiß, dass die Waffe, äh, absolut nicht geeignet dafür ist, ähm, auf, ja, Fernkampf zu gehen. Äh, trotz allem bin ich der Zebra-LP und werde das tun. Da ist ein Dock-Tag! Gleich mal einsammeln. Oh, da gammelt einer, da gammelt einer! What the fuck? Na toll, jetzt ist der Host auch noch rausgeschmissen worden, beziehungsweise hat keinen Bock mehr gehabt. Ach, wieder ein Spieler, der nicht verlieren kann. Hol sie runter! Hol sie runter! Und der Typ wird sich jetzt wahrscheinlich schwarz ärgern, dass er gestorben ist, nur weil der Host immigrat worden ist. Bam! Und ich bin wieder tot. Ähm, von meinen Gameplays könnt ihr natürlich nicht erwarten, dass ich ein, aua, 30 zu 1 schaffe oder sonstiges. Wie gesagt, ich bin kein Caster, ich bin ein Let's Player. Dementsprechend hab ich mehr Spaß... Ja! UMP-Action! Der ist so dämlich und guckt nicht nach hinten. Und ich drück die falsche Taste, ich wollte ihn eigentlich messern. Dementsprechend hab ich mich wieder kaputt gegangen. Ich hasse es so. Na? Wo ist hier einer? Nein! Warum tötet er mich? Aufklärungsdrohne beleidigt. Ich krieg noch diesen beschissenen Abschuss bestätigt. Und hier fliegen wieder Drohnen. Ich löse jetzt mal meine aus. In der Hoffnung... Aua. Das hier gar nichts bringt. Tot! Ach, dieses Spiel nervt mich so. Oh, das ist ein Gegner. Den töten wir jetzt. War der auch zu mir? Äh, keine Ahnung. Ich bin immer so, äh, das Freiwild in diesem Spiel. Dummerweise. Trotz allem hab ich von den Akimbos, äh, ein ganz kleines bisschen mehr Chance. Wie ihr sehen könnt! Akimbo-Action! Nachladen! Nachladen! Nein da! Allerdings hab ich das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist das Blünderer-Perk. Sag ich jetzt mal. Also da, äh, das hab ich irgendwie noch nicht. Keine Ahnung warum. Aua! Nein! Abschuss vermehrt! Jawohl! Das gehört mir! Oh, oh, da war einer! Oh, schnell weg! Ich habe fürchterliche Angst zu sterben! Nee, natürlich nicht. Das gehört einfach dazu, zu Modern Warfare. Vor allem, wenn ich das spiele. Oh, guck mal, von hinten. Die Drecksau. Und auch noch mit nem Sniper. Der Einzige Vorteil, ich hab meine Akimbos wieder... Hab die Drecksau da abgeschossen. Was steht da auch einfach rum? Nein! Ich wollte mich grad ducken. Moment drauf gegangen. Was ihr von mir erwarten könnt, ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, Minus-Gameplay. Also, bei mir gibt's keinen... Definitiv kein verdammter Scheiß-Drecks-Mist-Ding da, was da auch immer rumgammelt. Keine Ahnung. Was hab ich denn hier? Ein Hubschrauber. Was mach ich damit? Äh, wie durf ich mich? Öh, steigen Leertaste. Cool. Eine Zielerfassung. Ich weiß auch gar nicht, was der mich macht. Signalbrechstab. Ja, toll. Oh, oh, und das Spiel ist auch schon leider vorbei. So ein Dreck aber auch. Jetzt müssen wir wieder in eine dumme Minute warten, bis es wieder losgeht. Da spielt noch jemand mit denselben Waffen wie ich. Finde ich ganz cool. Also, ich bin auf jeden Fall ein Akimbo-Fan, auch wenn die meisten sagen werden, du bist ein Noob. Na und? Ich hab auch besseres zu tun, als den ganzen Tag Mono Morphet zu spielen. Ich hab auch einen Job und so. Ich hab auch eine Alibe. Ich hab auch einen Abwech. Ich hab auch einen Person. Ich hab auch einen Atmosphal. Ich hab auch einen Abwech. Und ich hab auch einen Abwech. Vielen Dank.